Ola, Emanus. In diesem Video könnt ihr wieder einen 25 Euro Amazon Gutschein gewinnen. Schaut dazu in die Beschreibung. Kuss. Und jetzt rein ins AP. Ist da Bitcoin? Seh. Geht es Ihnen gut? Irgendwie bin ich ein bisschen müde. Sind ein wenig benebelt uns? Seh. Ist neblig draußen? Ihre Augen scheinen geblendet. Warum hier? Da ich irgendwas... Ehm... Et... Etwas. Vielleicht wird es Zeit für Sie, die Wahrheit zu erkennen. Das Arschloch. Breitenberg, seit wann klingt deine Stimme so süß wie Honig? Er will mich hypnotisieren. Bitcoin. Die Wahrheit ist... Locutoni ist gar nicht ihr Sohn. Was? Locutoni arbeitet für die OGs. Locutoni? Sie haben nie eine Frau kennengelernt. Nie sich mit einer Frau verewigt. Ich habe Consuela nie getroffen. Sie hat nie existiert. Locutoni war nur ein einsames Kind auf der Straße, was sie aufgelesen haben. Dieser kleine Scheißer. Locutoni ist ein Straßenkind und er trägt am liebsten Lila. Wie die OGs? Wie die OGs? Das kann kein Zufall sein. Wir müssen Locutoni ausliefern. An wen? An wen wollen sie ihn ausliefern? Ich will ihn töten. Dann sei es so. Wir töten Locutoni. Wir töten den Verräter. Moment. Sofort aussteigen. Sofort. Wow. Ich brauche das Auto. Geht weg hier. Ja, wofür denn? Hermanos, weg mit euch. Pascal, gib ihm einfach dein Auto. Ja, viel Spaß damit. Gracias. Ich passe darauf auf. Oder hat jemand ein Reparaturkirc? Das ist nichts Gutes. Ach, hat sich erledigt. Danke, dass Sie uns Ihr Auto leihen. Sehr vernünftig. Hatte ich auch eine Wahl, hatten Sie? Du lässt mich das Gespräch mit Locuton führen. Natürlich. Mr. Bitcoin, Sie sind der Patron. Ich bin der Patron, Sie. Wie lange weißt du das schon, Breitenberg? Ich wusste es von Anfang an. Sie sind ein genialer Mann, Mr. Bitcoin. Locuton, der kann nicht nach Ihnen kommen. Ich habe mir schon immer gedacht, da stimmt irgendwas nicht. Locuton. Nicht mein Sohn. Erleichtert mich irgendwie. Es würde alle erleichtern, falls er von uns geht. Wo ist Locutonni? Hola. Wo ist Locuton? Der kommt gleich ab. Der muss abholten. Ich will sofort, Locuton. Was hat er gemacht? Danke, Bitcoin. Werdet ihr es schon sehen. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Warum werden wir in jeder Familie, ob Russisch, Armenisch, was weiß ich was, überall mit Assalamu alaikum begrüßen? Erklärt es ihm. Ich bin Moslem. Ähm, also, kleiner Geschichtsunterricht. Also ich schon, mir. Ich bin konvertiert, damals im Gefängnis. Ach so. Hör mal kurz bei Wadim zu. Also, kleine Geschichte. Damals, als es noch die UdSSR gab, war das Reich ja ziemlich groß. Und zum Beispiel da, wo ich aufgewachsen bin oder geboren wurde, das war Usbekistan. Und das ist ein, ja, muslimisch geprägtes Land. Meine Eltern zum Beispiel, die kennen noch Türkisch und, ja, die ganze Sprache. Usbekistan? Ganz genau, ja. Das war alles damals quasi Russland. Und deswegen begrüßen wir uns auch mit Assalamu alaikum. Obwohl, jetzt muss ich es sagen, ich habe einen Opa, der in der Region da kämpft hat. Deswegen wundert ihr euch nicht, wenn wir uns hier mit Assalamu alaikum begrüßen. Da gibt es echt welche, die türkisch sprechen. Oder hast du was dagegen, Breitenberg, wenn wir das sagen? Was wollen Sie mir damit unterstellen? Ja, weiß ich nicht. Was war das denn für eine Frage? Ich bitte Sie. Ich bin ein weltoffener Mensch. Ich bin pansexuell. Ich füge Sie, egal was Sie sind. Ist doch nur Spaß. Ähm, okay. Was, äh, auf wen wartet ihr? Auf Loco? Auf Loco. Mein Sohn. Was, äh, auf Loco. Hallo James, fang schonmal an. Ja, und zwar, ich weiß nicht mehr ob ihr euch erinnert, Freitenberg, Bitcoin, ich hatte euch das ja unter 6 Augen erzählt, wo Chito versucht hatte, mich auf seine Seite zu ziehen, mich dazu zu bringen, euch die Math-Route wieder wegzunehmen, beziehungsweise mir die einfach wieder zurückzuholen, ihr erinnert euch an unser vermeintliches negatives Gespräch hier am Sofa, und ich wusste also von Anfang an, auf Chitos Worte oder der OGs kann man nicht hören, und ja, jetzt ist der Tag gekommen, ich wusste es wird passieren, die wollen die Math-Route haben, standen hier vor der Tür, gehen jetzt auf die Route und erzählen, dass es deren Route ist, sie wissen seit gerade eben, seit einer halben Stunde, dass es eure Route ist, und haben gesagt, ja, kann ich dir weitergeben. Die Idioten denken halt, das ist meine einzige Einnahmequelle, und dachten damit, dass sie mir schaden, es ist mir scheißegal, die Route liegt bei euch, wenn ihr die verteidigen wollt, dann macht das, uns juckt die Route nicht. Ich will nur sagen, ich hätte von Anfang an niemals Kali verraten, ich hätte dir auch erzählen können, dass ich die Route wiederhaben möchte, und ich weiß, du hättest mir sie auch so wiedergegeben, er hat mir gesagt, wir wollen Bitcoin brechen, wir wollen Bitcoin die Waffenroute wegnehmen, und je mehr Routen er besitzt, desto mächtiger ist er, und jeder läuft ihm hinterher. Wann hat das gesagt? Das war vor drei Wochen, das hatte ich dir vor drei Wochen schon gesagt, als du mir die Route gegeben hast, vermeintlich gegeben hast. So, ihr, es ist der Tag gekommen, ich wusste, es wird passieren, und Chito ist ein Verräter, OGs können wir nicht trauen, das wusste ich von Anfang an, Kali hat mich nie verraten, nie gegen mich geschossen, OGs schon. Deswegen, macht, was ihr wollt mit der Route, und... Halt die Fresse, Loco. Ich würde nur damit sagen, ich würde Kali nicht verraten, weil Kali hat meiner Familie sehr geholfen. Ich küss dein Herz. Loco, du hältst deine Fresse! Oder soll ich sagen? Das machen wir gleich alleine. Danke für die 100 Euro, vielen, vielen Dank. Wie soll ich sagen? Aber, irgendwie. Es ist eure Route. Was ihr jetzt damit anstellt, das ist halt euer Ding. Ich habe sich verwaltet. Liebe bitte rein. Und jetzt wollen die OGs Stress machen. Für mich, Bubi. Sollen sie tun. Sollen sie tun. Ich gebe dir einen Tipp. Sie denken, du hast Angst. Schieß sie nieder, töte sie. Töte sie alle. Jeden Einzelnen. Tu es. Du wirst glücklich. Blanco. Blanco. Sie haben eine Familie aufgebaut. Eine beachtliche Familie. In einer Struktur und Organisation eingebracht. Sie haben ein stattliches Anwesen. Wahrscheinlich eines der schönsten Anwesen, die ich je gesehen habe. Sie haben Fühlungsqualitäten erarbeiten können und die richtigen Männer an ihrer Seite versammelt. Ich habe ihre Männer beobachtet. Das sind gute Männer. Ihr habt den Staat unterjocht und gezeigt, dass ihr eine echte Familie seid. Aber jetzt seid ihr mit an der Spitze. Und die Spitze ist anders, mein Freund. Hier geht es ganz anders zur Sache. Sie werden sehen, Kriege werden hier nicht nur mit Köpfchen geführt. Nicht nur mit Schuss Eisen. Es ist ein verdammt ekliges Spiel. Und jeder versucht dir ein Messer in deinen Rücken zu rammen. Von nun an machst du die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Dann, wenn die Menschen ihr wahres Gesicht zeigen. Dann, wenn die Menschen verzweifeln und Frust rauslassen. Und dann, wenn sie alles tun, um ihnen zu schaden, aber wirklich zu schaden. Jetzt müssen sie stark sein. Alles, was sie ab jetzt tun, hat Bedeutung. Und alles, was sie ab jetzt erleben, macht sie stark. Wie glauben an sie? Ja, und ich glaube auch an uns. Super. Dann haben wir das ja geklärt. Tritt in den Arsch, Blanco. Wir werden keine Freunde mehr mit den OGs. Das ist kein Problem. Ich muss eine Sache klären, Blanco. Carly, sermanus, kommt alle mit mir. Wir nutzen mal kurz deine Federe, Blanco. Du kannst auch mal ein Blood-Out-Pool nutzen. Ja, den werde ich gleich auch brauchen. Gracias. Hast du Blood-Out, eh? Halt deine Fresse. Ja, Bitcoin ist für... E-C-U-O-C-Trend-Gen. Bitcoin wird ihn sowieso Blood-Outen. Warum? Das kann er nicht auf sich sitzen lassen. Stellt euch alle im Kreis hier auf. Mal eine Reihe oder ein Kreis? Digga, einer muss man einfach die Schöne anfassen haben. Halt deine Fresse, du Verräter! Der Mann ist dann ein wenig enger. Verräter? Erst Rocky, dann Loco. Jungs, Jungs, wollt ihr mich gerade verarschen, Digga? Was los bei uns, Digga? Das passt alles zusammen. Du gaukelst mir vor, dass du mein Sohn bist. Aber du bist es gar nicht. Loco, ich sag's ihm, wie es ist. Von ihnen hab ich so viel gehalten. So viel, sie sind eine große Enttäuschung. Digga, was für Verräter, was redet die kleine Penderos, Digga? Warte, ich werd alle verarschen. Das kann nicht sein, dass die uns verkauft haben. Wegen was? Wegen was? An die OGs? Nein, okay, warte mal. Warte, ist das gerade ein Test? No. Das ist nicht. Du wolltest mir gerade sagen, ich bin ein Verräter. Du bist ein Verräter, du trägst gerne Lila. Hör mir zu. Ich hab dich damals als weisen Junge gefunden. Du bist gar nicht mein Sohn. Breitenberg hat mir alles erzählt. Und er sagte auch, du trägst gerne Lila. Wie sieht ich meinen Vater? Ich wusste es auch nicht. Jetzt kenn ich die Wahrheit. See Lightcoin. Also die letzten Tage war ich mit Loco unterwegs und ich kann sagen, er ist kein Verräter. Wer von euch glaubt, dass Loco Tony nach Mr. Bitcoin kommt? Hör mir mal zu, du kleiner Schwanz. Ein Mann mit überragender Interessenten. No, 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 wir wollen es so machen. Und Loco Tony. Du kleiner Poto, Digga. Du was mal scheiß, was? Wer hat mich hier aufgenommen? Jetzt entdeckst du bei Bitcoin, dass ich ein Verräter bin. Was bist du? Ich bin sein Bitcoin, mit Bitcoin schon auf zwei Staaten gewesen. Mit seinem Bruder war ich auf alle Staaten, du kleiner Pedero. Und ich hab nicht einmal sein Bruder oder Bitcoin verraten. Egal in welcher Stadt. Du hast mich verraten mit den OGs, Loco. OGs? OGs habe ich sich verraten? Du trägst Lila, sieh? Du trägst Lila. Loco, das wird dein Bloodout. Ich habe Infos, wie Loco Tony geschrieben hat, dass er unbedingt bei OGs mitmachen will. Wahnsinn, man, Bitcoin. Lightcoin. Wir schicken Screenshots. Lightcoin geht zur Seite, ich will den Bloodouten. Warte, Lightcoin. Nur, 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 Warte, Lightcoin. Ganz kurz, ganz kurz, dein Mann. Warte bei Bitcoin. Also, du denkst, ich bin ein Verräter für die OGs. Ist das richtig, Bitcoin? Tee. Dann gib mir mein Bloodout. Geh weg, Hermanus. No, 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 schimm mal Bloodouten. Also, ich bin ein Verräter für die OGs. Für OGs. Gib mir, no, 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 geht weg, Hermanus. Geh weg, gib mir eine Bloodout, sieh. Gib. Gib, trau dich das. Geh weiter weg. Trau dich, Bitcoin. Geh weiter. Es wird Zeit. Es ist ein Bloodout. Trau dich, halt die Fresse frei. Loco, Tony lügt. Trau dich. Er tut nur so. Trau dich. Trau dich, schimm's Bloodout, Bitcoin. Er wird ein Bloodout, weil er dann schneller rüber kann. Eine Woche. Diga, ich kann... Ich schwöre... Es wird Zeit. Hör mir mal zu. Hör mir mal zu, okay? Dann kann ich die... Jungs, gib mir... Nein, nein, ich will ein Bloodout haben. Weiter, nein, mach dich jetzt. Ich schwöre, aber ich schwöre. Lassen Sie sich das sagen, Mr. Bitcoin. Er nutzt ihr gutes Herz aus. Er muss ein Bloodout bekommen. Er muss es. Ja, nee, okay, mein... Jungs, gib mir mal Bloodout. Wir wollen das jetzt so eklig machen, oder? Warte mehr, kannst du zusammen... Willst du die Musik aufmachen? Bevor ich euch mal schwarzen in der Zähne ramme? Okay. So. An die anderen Helmanos, okay? Ich hab nur eine Frage an euch. Okay? Eine persönliche... Habt ihr, okay, einmal dieses innere Unruhe gehabt, dass ich ein Verräter bin? Ja, das ist alles für ein Bloodout. Hebt die Hände. Nein, 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 es geht... Nein, 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 es geht nicht darum, Bitcoin. Warten Sie mal ganz kurz. Hebt die Hände. Es geht nicht darum. Es geht darum, gerade... Ob unsere Leute... Nee, die innere Dinge hatten, dass ich ein Verräter bin. Ja oder nein, Hermannos. Wer ist dafür? Mach mal die Hände hoch, dass ich ein Verräter bin. Okay. Warte mehrfach. Warte mehrfach. Du bist oder so ein Falscher. Du willst oder so bald gehen für die Kontinärer. Also halt die Frisse. Die anderen, Hermannos. Ist das so, ja oder nein? Ich frag dich mal, Hermannos. Ist das so? Du, Hermannos? Du, Hermannos? Glaube nicht. Er glaubt. Michael, du? Ich weiß es nicht. Ich hab nicht Kontakt mit Loco. Ernest du? Auf keinen Fall, Hermannos. Du, Hermannos? Wie heiß ich denn überhaupt, Loco? Ich weiß gar selber nicht. Wenn Sie nicht mal seinen Namen wissen, schämen Sie sich, Loco Tony. Schämen Sie sich. Du Stück Dreck. Ehrenloser. James, weißt du was? Lass dir nichts sagen, mein Freund. Weißt du, was ich alleine bin? Blood out. Ich hab keine Ahnung. Besser. Mit dem Dreck raus. Besser für die Familie. So einfach ist das. Loco Tony war ein Verräter. Er wollte mit den OGs arbeiten. Merkt euch eine Sache. Ihr werdet nie wieder von Loco Tony was annehmen. Sonst töte ich alle. Verstehe. Ja, ja. Er hat vorgegeben, mein Sohn zu sein. Gut, dass du mich aufgeklärt hast, Breitenberg. Natürlich, Mr. Bitcoin. Ich bin für Sie da. Er liegt jetzt auch ein Litecoin und... Warum liegt... Hey, Romanos. Es ist vorbei. Endlich. Endlich gibt es Frieden in meiner Familie. Breitenberg hat sich hypnotisiert. Auf gar keinen Fall. Denke ich auch. Weh, denke ich auch. Dass es Frieden gibt? Nur, dass Breitenberg sich hypnotisiert hat. Hypnoti... Was? Hypnotisiert. Wie meint ihr das mit Hypnotisiert? Warum sind sie weg weg? Wieso sind sie weg? Weil sie sind hier. Warum? Breitenberg muss hierbleiben. Hey, ist er wirklich tot? Warum werden hier da kinden? Geht mal zur Seite. Ist er wirklich tot, oder? Ich kann den aber nicht tragen. Er ist... Ach, zum Henker. Ich dachte, ich hätte einen Sohn. Vorbei. Mit uns allen. Weg von seiner Leiche. Europa zu fliegen aus dem schwarzen SL. Alles klar in die Kartell. Wir leben kriminell, wenn die Bullen uns mal jagen. Rasen wir schnell in dem SQP. Weiß, wenn Schüsse verteilt.